Ja, heyho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Oriental. Ich hänge hier immer noch irgendwo mitten in dem Baum und darf jetzt zusehen, dass ich hier unten dieses Dingsbums noch kriege. Das könnte sich als tatsächlich etwas schwierig erweisen. Ich habe ein bisschen Angst. Nein, falsche Richtung. Ach, pfuh, falsche Richtung. Verdammt nochmal. Okay. Ähm, nochmal. So. Jetzt. So, ich muss mich in diese Richtung poken. Wupp. So, perfekt. Sehr gut. Ich habe übrigens festgestellt, mein Freund hat dieses Spiel jetzt auch gestern mehr oder weniger neu begonnen und er hat einfach unten bei diesen blauen Dingern hier, hier hat er einfach schon sechs oder sieben von diesen Punkten und hier hat er einfach schon acht von diesen blauen. Ich bin, ich, ich habe keine Ahnung, wie er das alles gefunden hat. Ich bin einfach total, äh, ich finde das so unfair. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Und jetzt, ich habe gerade hier durchpoken. So, ganz normal. Gerade. Einmal geradeaus hier. Genau. Danke sehr. Perfekt. Okay. Oh, Leben. Leben ist wundervoll. Hier auch nochmal. Ah, brauche ich eigentlich gar nicht. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Wie zum... Hä? Wie soll ich denn jetzt hier hochkommen? Ich versteh das nicht. Ach, doch, natürlich. Möchtest du bitte mal... Hallo? Ah, ouch. Ach, puh. Möchtest du? Hallo? Wartet, wartet, wartet. Halt, stopp. Nein, puh, aus. Weg damit. Au. Mann, so ein Kack. Wie mach ich das denn? Oh, jetzt hab ich's getötet. Oh, verdammt. Ich kann doch hier runter, richtig? Ja, ich könnte hier runter. Und da dieses... Och, ich brauch das aber doch. Ach, Mann. Hallo? Au. Ich möchte das jetzt bitte haben. Hä? Warum geht das nicht? Ach Gott, ist das kompliziert. Oh, jetzt häng ich hier in der Enkel. Cool. Ich verstehe. Das ist, glaub ich, was, was fällt und nicht einfach so fliegt. Dann mach ich das so. Ja. Bingo. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Ja, hahaha. Ich hab eine Energiezelle gefunden. Genau, das ist es nämlich. Ich hab hier, äh... Hä? Ach so. Dafür brauch ich das. Ich verstehe, um wieder hochzukommen. Zack. Naja, nicht zwingend, aber... Däh. Ah. Ah, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier wird gespeichert. Hier wird aber sowas von gespeichert. Meine Fresse. Au. Oh, faff, faff, faff. Wow. Okay, das ist echt... Das wird jetzt richtig hart, glaub ich. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Oh, das wird so schwierig. Oh, das wird so schwierig. Nein. Oh. Boah, Gott. Ah, nein. Oh. Holy. Holy moly. Ah. Hier komm ich einfach... Nee. Mein Gott, wie soll ich denn an dieses... Oh, ich geh einfach erstmal hoch. Geschafft. Aber ich kann ja auch einfach direkt hoch, ne? Ah, ah, ah. Oh Gott. Okay, ich probiere es nochmal. Nee, das geht, glaub ich, so nicht. Nee, ich komm da aber... Mein Gott. Da muss ich das irgendwie mit dem Doppelsprung ja richtig abtimen hier, meine Güte. Ah, nee. Das wird so nix. Oh, man. Oh. Wisst ihr, solche... Jump'n'Run-Dinge finde ich einfach unfassbar schwierig. Und deswegen mag ich die auch nicht. Komm schon. Ich hatte es doch fast. Ah. Nee, ich glaub, das wird so nix. Ach, Gott. Ah, okay. Ah, jetzt. Ah. Ah. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh. Mein. Gott. Kann ich es wagen, hier zu speichern? Ich mach das jetzt einfach. Oh Gott, ich hab's geschafft. Heilige Scheiße. Mann, Mann, Mann. Komm schon, geh auf. Wow. Das war gar nicht so einfach. Das war wirklich gar nicht so einfach. Oh. Oh. In einem sicheren... Ich bin in keinem... Ja, toll. Ach, Mann, oh. Ah, tada. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Hä? Nein. Ah. Ah. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Ich hab's geschafft. Ich. Hab's. Geschafft. Oh, verdammt. Ach so. Äh, da muss ich noch gar nicht hoch, ne? Ich kann hier rüber. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, hier ist ein Brunnen. Oh mein Gott, wundervoll. Hier kann ich speichern. Oh. Lalalala. Gut, ich bin nicht mal bei 10 Minuten. Heißt, das ist doch eigentlich ziemlich gut hier. Ich finde, das läuft wirklich ziemlich gut. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwo ein komischer Geheimgang. Ah, wartet. Ich glaube, hier war irgendwas. Hier war irgendwas richtig. Nein? Nein? Schade, ich dachte, hier wäre irgendwas gewesen. So ein Geheimgang oder sowas. Wahrscheinlich nicht. Wow, was bist du? Das Herz des Ginso-Baums bewahrte das Element des Wassers einst sicher auf. Doch nun ist es verdorben, gänzlich verfault und verwest. Bah. Wir müssen ihm helfen, es heilen und den ganzen Schmutz beseitigen, indem wir den Verfall rückgängig machen. Und zwar auf beiden Seiten. Okay. Und wie mache ich das? Verstehe. Okay, jetzt muss ich offenbar auf beiden Seiten irgendeine Aufgabe lösen. Okay, ich werde hier aber einmal speichern. Nee, von Feinden kann ich kein... Okay. Werd ich das hier machen. Reistopf, fast fertig. Sehr schön. Ta, 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 ta. Was? Okay. Kann ich hier hoch? Hm. Ich bin mäßig verwirrt. Irgendwie finde ich schon noch raus, was ich hier tun muss. Oh. Ah, okay. Ich glaube... Ich glaube, ich verstehe. Oh, aua. Aua, das tat weh. Ich glaube, ich verstehe, was ich tun muss. Aua. Und sterbe einfach erstmal. Okay. Ich glaube, ich muss diesen komischen Lichtstrahl hier umleiten. Und zwar... Komm schon. Einmal. Au. Jetzt hat es mich erwischt. Okay, einmal. Diese Dinger da, also diese hier, die leiten die Strahlen um. Das heißt, ich muss den hier hin, dann muss ich den hier da hoch, dann muss ich den... Oh mein Gott. Okay, das könnte eine Weile dauern, Leute. Das könnte wirklich eine ganze Weile dauern. Nein! Oh nein, ich habe es nicht geschafft. Okay, komm, versuchen wir es nochmal. Ich habe nur noch ein Leben, aber scheiß drauf. Versuchen das jetzt nochmal. Geht das? Hat das geklappt? Das hat geklappt. Oh mein Gott, das hat geklappt. Komm schon. Nein! Nicht runterfallen. Nein! Bitte. Oh nein! Oh man! Okay, komm, ich muss mir jetzt das Leben da oben holen, sonst sterbe ich. Und ich möchte nicht sterben. Wieso sind die wieder da? Das ist unfair, jetzt habe ich wieder nur noch ein Leben, Mann. Ach, so ein Driss, ey. Ach, okay, komm schon. Diesmal schaffen wir das. Diesmal schaffen wir das. Nein! Nein, ich bin gestorben! Ich bin gestorben! Mann, oh! Ach, scheiße. Ich kann den Fähigkeitenbaum noch nicht öffnen, weil es mir nichts bringt. So, dieses Mal. Komm schon, Konzentration. Ich will das jetzt schaffen. Ich muss erstmal die ganzen... Huch! Die ganzen Feinde hier vernichten. So, einmal, zweimal, dreimal. Aua. So, alle vernichtet. Sehr gut. Dann kann ich mich ja jetzt hier um das Dingen kümmern. In aller Ruhe. So. So, jetzt. Ja! Oh, ich habe es geschafft. Oh, speichern. Oh mein Gott. Becky. Ah, ich verstehe. Okay, alles klar. Jetzt habe ich es. Kann ich hier drauf? Oh, ich kann hier drauf. Oh nein. Ich weiß, was ich tun muss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich genau dasselbe sein. Ja. Gut, dann würde ich sagen, bände ich an dieser Stelle den Part und oder wartet, ich versuche das jetzt noch zu Ende zu schaffen hier. Aua. 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 Hilfe. Aua. Oh mein Gott. Okay, ich habe noch drei Leben. Alles gut. Das irgendwie was zum Henker. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was muss ich hier tun? Oh, geil. Die töten sich einfach gegenseitig. Voll gut. Okay. Oh gut. Jetzt habe ich den. Hier ist noch nicht Binne. Hallo, ich Binne. Heißt das, kann ich dein Dingsbums benutzen? Geht das? Kann ich das? Ja, wenn ich es richtig treffe, kann ich das benutzen. Okay. Bingo. Sehr schön. Jetzt habe ich es geschafft. Drücke X, um sein zuzuhören. Jetzt können wir das Element des Wassers wieder herstellen. Wenn wir diese Aufgabe erledigt haben, liegen noch zwei weitere vor uns. Wundervoll, ich freue mich. Und hier an dieser Stelle werde ich das Ganze jetzt einmal beenden. Ich weiß, es ist eine furchtbar spannende Stelle und es ist ein fieser Cliffhanger. Es tut mir sehr leid, aber für diese Stelle werde ich definitiv meine volle Konzentration brauchen und das wird nicht einfach sein. Definitiv nicht. Ich werde hier sehr, sehr oft sterben. Ihr könnt euch hier mal angucken. Ich werde den nächsten Part definitiv auch zusammenschneiden müssen wahrscheinlich, weil ich weiß, dass ich hier definitiv sehr oft verrecken werde. Ich bin jetzt bei 46. Am Ende des nächsten Parts können wir uns ja mal anschauen, bei wie vielen Toden ich dann bin. Ja. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.